Ich denke, wir gehen aus der ersten Halbzeit auch verdientermaßen mit 1-0 in die Pause und haben dann kurz vor der Pause einen kleinen Schock auch zu verarbeiten. Das hat uns nicht gut getan. Auf der einen Seite, dass Didi sich natürlich wahrscheinlich schwerer verletzt hat und wir damit leben mussten. Und zum anderen hat er uns natürlich sportlich gefehlt, weil der Didi in der ersten Halbzeit auch in der Sturmspitze und rund um Arthur Sobek herum fantastisch drauf heute, war sehr schnell, sehr gewandt und war immer gefährlich. Er hat uns natürlich wahnsinnig gefehlt. Wir mussten dann in der zweiten Halbzeit zudem noch den Jan Schlaudraff frühzeitig rausnehmen aufgrund einer Rückenproblematik, sodass wir eigentlich im Zug nach vorne danach wenig zu bieten hatten. Und das hat natürlich Hertha sehr gut ausgenutzt, haben den Druck erhöht, wahnsinnig erhöht und die Torchancen häuften sich. Und deswegen muss man aufgrund der zweiten Halbzeit natürlich dann auch mit dem Punkt zufrieden sein und Hertha auch beglückwünschen zu diesem Punkt. Das haben sie sich wirklich redlich verdient und hart erarbeitet. Für uns ganz schade, weil wir wollten uns heute festsetzen natürlich in dieser Spitzengruppe mit einem Dreier zu Hause. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Jetzt hoffen wir erstmal, dass es dem Didi schnell wieder besser geht. Also es ist eher eine Sprunggelenksverletzung, nicht am Knie. Aber mehr kann ich noch nicht sagen. Also es ist eher eine Sprunggelenksverletzung, eine Sprunggelenksverletzung, eine Sprunggelenksverletzung, eine Sprunggelenksverletzung, eine Sprunggelenksverletzung, eine Sprunggelenksverletzung. Vielen Dank.